Du hast den Wassereimer mitgenommen, wie ich es dir gesagt habe, ne? Hä? Das kam... Nein. Schade. Ich dachte, man könnte es ja mal versuchen. Ja, wir müssen hier das Loch runter. Und hier ist zwar die Gravitation nicht besonders hoch, aber es gibt trotzdem Falsche. Ich muss erst mal was essen, so. Oh, oh. Wow. Alter. Ich habe nur auf die Nachricht gewartet. Ja, ich hatte gerade Leck. Ich dachte, ich wäre tot. Aber du kannst, wenn du hier von der untersten Stufe springst, kannst du auf allen dieser Seitenarme landen. Das geht. Von welcher untersten Stufe? Ja, der Krater geht auch da zur Mitte so ein bisschen niedriger. Schaffe ich den Rest wohl auch noch? Ah, da ist ein Spinnnetz, wenn ich da drin lande. Oha. Ach ja, wir hätten übrigens... Das ist ein Diamant-Spawner. Cool. Was sagte ich? Diamant-Spawner? Creeper-Spawner. Ja. Ich habe es nicht mehr so. Auf jeden Fall hätten wir jetzt einen Diamant-Dolli mitgenommen. Dann hätten wir uns den ganzen Spawner mitnehmen können. Also so, dass man die auch irgendwo wieder platzieren kann und die funktionieren dann noch. So kann man die jetzt einfach nur abbauen und dann muss man die mit Ender-IO antreiben. Okay. Was wir natürlich auch machen können, ist kein Thema. Hier neben ist eine Höhle. Ja. Die ist erstmal uninteressant. Hier gibt es übrigens jede Menge Spinnenweben für Strings, für unseren Thermo-Anzug, den wir inzwischen haben. Das ist ja sehr schön. Ja, ne? Ich mache das hier mal so ein bisschen frei. Außer hier eine auf dem Boden lasse ich mal irgendwo. Na gut, da kommt sie jetzt eh nicht mehr ran. Dann mache ich die auch weg. So, der weg. Der weg. Wow. Oh, Alter. Läuft. Kommst du dann auch mal? Ja, ich mache das so, dass man ungefähr so mit ein bisschen Gewühle vielleicht auch wieder hochkommt. Alter, da stehen irgendwelche Viecher in Goldrüstung. Ich mache mal lieber noch die Fackeln mit in die Hotbar. Ich habe nur noch acht Fackeln mittlerweile. Ja, ich habe einen halben Stack mit. Das reicht. Hallo, es kommt. Die Skelette da hinten warten schon. Und das sind nicht gerade wenige. Also, wir dürfen gleich hier einen auf Sparta machen. In einem engen Gang kämpfen. Aha. Alter, das tropft hier. Jetzt komm da runter. Nein, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Spring. Oh. Alter. Das ist mal cool. Ja. Und tief. Das findest du hier sonst echt nicht. Richtig. Oh, das ist ein Creeper. Ja. Wow. Creeper, Creeper. Ach, macht nichts. Er steckt im Spinnennetz. Und. Ähm. Hier drunter ist eine Höhle. Mit grünem Schleim. Oh, ich sehe es. Ich kann da durchgucken. Äh, wie wär's, wenn wir so ein paar von den Spawnern hier stehen lassen? Alter, guck mal von hier. Guck mal von hier. Da ist so eine Liane oder sowas. Alter, die, die nehmen wir mit. Aber nachher. Okay? Ja. Gut. Ähm. Du hast da was im Rücken. Ja, äh, wie, die Spawner, wie, wenn wir die, wenn wir können, lasst ihr mal stehen. Das war dann, ähm, da nochmal mit dem Diamant-Dolly zurückkommen können. Und die alle einsammeln. Oh. Diese Torches brennen nicht, weil hier kein Sauerstoff ist, oder? Ja. Exakt. Oh. Doof. So. Der nächste Raum ist ausgeleuchtet. Hä? Ist da auch was drunter? Das geht hier voll weit lang. Mal weg mit. Hä? Oh, wieder. Spawner. Ich glaub, das dürfte reichen, dass ihr nicht spawnt, oder? Mach mal hier nochmal ein. Wenn ihr direkt daneben was ist? Ja, aber die haben immer einen Radius. Ja. Du machst nicht. Ich hab nur noch fünf Fackeln. Das mach ich jetzt nur für Notfälle. Ich hab nur noch acht. Oh, hier ist eine Kiste. Hm. Mit einem Kontron-Kristall. Cool. Nehm ich mal mit. Äh, wollen wir alles mitnehmen? Hier ist Plutonium drin. Du trägst das Plutonium, okay? Ich weiß nicht, ob ich das Plutonium tragen möchte. Warum weißt du das nicht? Echt? Soll ich's mal ausprobieren? Ja, mach mal. Was soll schon passieren? Und? Wie war das? Während du verstrahlt wirst, merkst du nicht, hat Neil deGrasse Tyson mal gesagt. Erst, wenn's zu spät ist. Ja, stimmt. Naja. Dann trage ich jetzt mal das Plutonium. Ja, mach das. Ich hab nur noch eine Fackel und ich weiß nicht, wie viel wir hier noch vor uns haben. Ja. Ja, das ist schön, dass wir da nicht mehr mit haben. Ja. Warum sollte man auch mehr Fackeln auf Dungeon-Ausflug mitnehmen? Crepe set Plutonium in Kyrie on. Was? Was ist das da hinten? So, kennt sie nicht? Das war böse. So, da hab ich die jetzt komplett weggemacht. Ja, gut. Hier sind Creeper-Eier. WAH! Alter! Junge! Geh da weg! Geh da weg! Was zum... Junge, was... Alter, komm hier rein und hilf. Geh da. Du kannst das TNT zurückschließen. Ich glaub, das müssen wir auch. Alter, der hat ein ganz bisschen... Oh, Schaden gemacht. Dass der... Äh... Alter! Äh... 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 Verdammt! Das ist... Äh... Uncool! Nein! Nein! Er pfeffert mich an die Wand! Oh, da schaff ich schon die Dinger zurück zu prallen und dann treff ich ihn nicht. Huh! Ha! Fuck! Komm schon! Na, mein Leben muss noch regenerieren. Ich wollte ein paar Mal von dem echt mies getroffen. Bei ihm kann man echt keinen Schaden zu füllen. Alter, das ist echt mies. Das ist echt mies. Ja, vor allem, wenn er dann auch die Creeper da aufweckt. Also hier die Baby Creeper. Äh... Soll ich mal das Gloucetor hier ein... Warte, wenn ich da aus dem Raum rausgehe? Ja, solange einer drin bleibt, macht's nichts. Na, ich müsste auch mal was essen. So, bin wir da. Wäre die ganze Zeit darauf gewartet, dass du wiederkommst. Ja, ja. Alter, toll, jetzt hab ich das durch und durchgeschlagen. Scheiße, ich glaub, Minecraft hat's wieder auf den Booty gestellt, automatisch. Das ist mega dunkel. Oh Gott. Warte mal. Ich gucke mal gerade. Ja, kämpf du mal. Nee, bei mir ist es so Sprite. Options, Video... Oh, er ist auf dem Booty. Ja. Da ist ja fast nix gesehen. Mein Gott, der ist ja viel größer. Alter. Oh, der war nicht schlecht. Ja. Das haben so ein paar Mal gesessen, ne? Puh. Da kann ein kleiner, ein kleiner unten. Ja. Zieh den kleinen zu ihm hin. Alter, bewegt sich auf mich zu. Boots. Wow. Ah, er hat... Ah, cool. Er hat einen Kopf verloren. Ja. Das wissen, dass ich so kopflos. Obwohl er ist, hat er immer noch zwei. Immer noch doppelt so... Er hat 100% mehr Kopf als wir. Hunger, 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 das gar nicht. Ich muss mal ein bisschen regenerieren, Alter. Ich habe nur noch halbes Leben. Bevor ich... Oh, ja. Super. Ich hänge in Spinnweben. Alter, man darf nicht so viel rumrennen. Dann ist es viel einfacher. Man steht vor ihm und spammt einfach nur schlagen. Okay. Oh, jetzt habe ich aber ein Leck. Ja, ich habe gleich wieder volles Leben. Ja. Jetzt... Unter dich ja... Oh, hier ist ein Loch übrigens, ne? Ja, das ist Closed und das macht er kaputt. Nee, nicht hier im Fußboden. Ja, ja. Alter. Weil er Closed und war. Ach so. Ja, ja. Der Raum war mal heller. Puh, 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 puh. So, alleine könnte das vielleicht ein bisschen... Ja. ...kirriger sein. Hey, komm mal her. Oh, ah, voll ins Gesicht. Was? Du bei ihm oder er bei dir? Was ist der ja bei mir? Brennt es im Auge? Was, ein bisschen. Oh, oh. Alter. Er wurde zu einem Geist. Was heißt das? Er wurde zu einem Geist. Also hier, lass mich noch mal so ein paar Creeper aufwecken. Komm mal hierher. Ach, komm, das war's. Komm, ihr her, Mensch. Ich glaube, ich muss noch mal kurz raus hier. Na, dann sage ich die ganze Zeit, das war's noch Krieg. Ist das echt scheiße? Ja, und der springt ja jetzt auch nicht um. Der, äh, ignoriert mich. Wups, so viel dazu. Ich hatte nur ein Leck. Ja, der ist ja. Ja, ich krieg langsam wieder. Sex Herzen. Mach mal. Ich bin hier auf jeden Fall wieder mit drin. Ja. Wow. Ja, und jetzt bist du wieder interessant. Ich stehe nicht genau auf der anderen Seite. Es ist ja sein, dass ich dir das mal zu dir werfe. Ja, ist ja auch doof. Alter. Wow. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na, komm schon. Dass man das manchmal durch ihn durchwirft. Ja. Ja. Er hat keinen Kopf mehr. Er dreht sich ganz schnell. Äh. Ja. Geh mal an die Seite, Alter. Alter, der Ton. Oh. Yo. Alter, ein riesiger Schlüssel. Geil, Loot. Wo ist das? Er hat den Schlüssel. Ich hab hier einen Schlüssel. Ich hab einen Broken Spawner. Der ist im Inventar viel, viel kleiner, der Schlüssel. Guck mal hier. Ich hab einen Schlüssel. Oh. Geil. Schleller speichern. Warte mal, ich muss mal Sauerstoff wechseln. Ich hab hier eine Kiste. Und, ich muss mal was essen, Alter. Oh, ja. Dass ich hier nicht verrecke. Meine Güte. Okay, das war geil. Das war echt geil. Komm her. Hier ist die Dungeon-Truhe. Moment, Moment, Moment. Ich musste kurz einen Schluck nehmen. Das war echt geil. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.